... ist asphaltiert. Hier kommt's. Das war nicht der Dreck der Strecke. Was hat er falsch gemacht? Ich würde sagen, zu spät gebremst. Ganz einfach. Aber das ist natürlich auch die Verlockung. Wenn man vor sich eine Asphaltfläche hat, dann denkt man ja, okay, wenn es nicht geht, fahre ich ja geradeaus. Hier sehen wir es aus seiner Sicht. Jetzt schauen Sie da vorne die Fläche. Es verlockt ja richtig, Ende abzukürzen. Und dann gibt's hier noch ein bisschen Gras und ein bisschen Farbe vom Sponsor.